Der Privatchat von Robbie Williams bringt den 43-jährigen Superstar nach seinem Konzert in Budapest nach Wien. Der Vollblutmusiker kommt diesmal mit seiner Frau Ada, seinen beiden Kindern Teddy und Charles, sowie seinem Bernhard Sennenhund Mr. Showbiz nach Wien. Wo Robbie residiert, ist noch streng geheim, bleiben wird er jedenfalls bis zum 26. August. Denn am Samstag wird der britische Musiker im Wiener Ernst Happelstadion die Massen begeistern. Neben zahlreichen Hits hat er nicht nur sein neues Album The Heavy Entertainment Show im Gepäck, sondern auch das Sinti-Pop-Duo Erasure als Special Guest. Danach fliegt der Popgigant weiter nach Klagenfurt, wo er am kommenden Dienstag ein weiteres Konzert geben wird. Robbie wird hier direkt am schönen Wörthersee im Luxushotel Seafeld wohnen. Insgesamt werden 85.000 Fans zu seinen beiden Konzerten erwartet. Dabei wird der Entertainer seine Fans mit Hits wie Something Stupid im Duett mit Ehefrau Ada, Sweet Carolina und Angels verwöhnen. Von Es solltlzeit werden und Falls in der Gepäck-Duo Erwerbe werden. Bis�로 R perfre!